SWIRL TV Stream what you really like Ja, nie wieder wegrennen. Willkommen zu Hause. DreamWorks 3D-Animationsfilm Home nervt mit knuddeligen Außerirdischen, die sich auf der Erde verschanzen wollen. Sowohl die Figuren als auch die Späße des Mensch-Alien-Buddy-Streifens sind eher unterirdisch. Oh mein Gott, was ist mein Mann? Nein, nein, nein! Wenn mir einen Grund, warum ich's nicht tun soll, dann muss ich passen. Was? Er hat uns durchschaut. Erstmal müsst ihr warten, bis sie mir die Hose ausgezogen hat. Und du musst mir die Chance geben, abzuhauen. Nur so kommt ihr an die Kohle. Niemals kleinbar geben, die Lüge stirbt mit dir. Warum bist du dann mitgekommen? Berufliche Neugier. Außerdem steh ich auf dem Öpsel. War so ein Win-Win-Ding. Für Will Smith geht's wieder aufwärts. In der unterhaltsamen Gauner-Komödie Focus macht er nämlich das, was er am besten kann. Lustig sein. Als cleverer Meisterdieb nimmt er eine junge Frau unter seine Fittiche. Eine wendungsreiche und kurzweilige Romantic-Comedy. Ich werde bald ermordet. Ermordet? Wann? Jetzt. In Wildcard fordert Jason Statham nicht nur das Glück am Spieltisch heraus, sondern legt sich auch mit der Mafia an. Dialogwitz, furiose Kampfszenen, wilde Kamerafahrten und ein fabelhafter Hauptdarsteller sorgen für eine angenehme Thriller-Überraschung. Glauben Sie mir, durch die Erforschung des frühkindlichen Zugriffs auf das, auf das... Alice, wo warst du? Ich war laufen. Ich hoffe, es war nett, denn du hast unsere Verabredung zum Abendessen platzen lassen. Eine schauspielerische Glanzleistung. Julianne Moore erhielt für ihre Darstellung einer Alzheimer-kranken-Professorin völlig zu Recht den Oscar. Durch ihre Wandelbarkeit liefert sie im Drama Still Alice, mein Leben ohne gestern, einen nie dagewesenen Einblick in die Psyche eines Alzheimer-Patienten. SWIRL TV, ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video on Demand.